Das ist die Geschichte von Galgenkattel. Kattel und der reiche Typ lernten sich kennen. Hey, Schnitte, schon belegt? Sie verliebten sich auf den ersten Blick und wollten Spaß haben. Na, wie war ich? Oh nein, jetzt bin ich schwanger! Sie brachte das Kind zur Welt und er wollte davon nichts wissen. Also brachte sie das Kind unauffällig um die Ecke. Das Urteil lautet Tod am Galgen. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Vielen Dank.